Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play Supremacy 1914. Es hat wieder eine, ja, recht interessante Wende gegeben und zwar hat Österreich Rumänien angegriffen. Rumänien und Österreich waren ja mal verbündet und bis vor ein paar Stündchen war ich eigentlich mehr oder weniger auch der Meinung, dass sie immer noch ein Bündnis gehabt hätten, aber dem scheint nicht mehr so zu sein, denn Österreich hat Rumänien angegriffen und hat in einem sehr, 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 sehr großen Schwung hier direkt einen sehr großen Teil in diesem Bereich herausgeschnitten. Also hier im ehemaligen Bereich Bulgarien, im Bereich Ukraine, Russland, da ist ein massiver Vorstoß und Rumänien hat dadurch auch einen sehr, sehr großen Bestand an Truppen verloren. Da ist jetzt so direkt nicht mehr viel vorhanden. Ich weiß nicht, ob Rumänien es schafft, sich dagegen zu wehren, also ob Rumänien da noch irgendwo gegen reagieren kann. Ich wage es dezent zu bezweifeln, insbesondere da jetzt nur auch Nordrussland wieder inaktiv geworden ist. Es gibt momentan also nicht viel, das sich gegen Österreich wenden könnte. Da werden wir auch mal direkt einen Blick in die Zeitung. Wir sehen das hier schon. Rumänien 451 gegen Österreich mit 140. Also da ist wirklich massiv an verschiedenen Stellen über den gesamten Tag angegriffen worden und entsprechend viel vernichtet worden. Und so, hier drüben, das gehört ja immer noch dazu, das sehen wir ja hier. So, und von daher wird es wohl schwierig und ich glaube nicht, dass Rumänien sich entsprechend noch halten kann. Dann haben wir ja noch Krieg zwischen der nördlichen USA mit 297 gegen das Deutsche Reich mit 90. Nongsi wurde jetzt wieder erobert hier hinten und wir sehen auch, dass Zürich gefallen ist. Schwupp, zurück in die Zeitung. Dann haben wir noch Krieg zwischen der südlichen USA mit einer Million und 5000 und das Deutsche Reich mit 50.000 und Deutsches Reich mit 559.000. Dann haben wir noch Rumänien gegen die südlichen USA mit 20 zu 49 und Österreich gegen die nördlichen USA mit 823 zu 654. Hier ist der Startstreich. Nordrussland ist momentan wieder raus. Ost-Algerien 180 gegen Rumänien mit 43. Die sind natürlich auch noch im Krieg. Jetzt wird es natürlich interessant, inwiefern das hier weitergeht. Weil nach dem momentanen Stand der Dinge haben wir jetzt wieder ein relativ ausgeglichenes Verhältnis. Also hier unten drei mit nördlichen USA, Ost-Algerien und West-Libyen gegen das Deutsche Reich und Österreich. Und ich weiß nicht, inwiefern die sich jetzt eventuell gegenüber Rumänien verhalten. Es wäre ja durchaus möglich, dass jetzt im Allgemeinen ein ganz neues Bündnis geschmiedet wird oder ein ganz neues Machtverhältnis entsteht. Da bin ich sehr gespannt und da bleibt noch einiges abzuwarten. Ich möchte auch mal wissen, wie das Deutsche Reich hier zum Beispiel darauf reagiert, auf den Angriff gegen Rumänien, weil das Deutsche Reich selber hat ja in der Richtung nicht mitgezogen. Es hat dann nicht angegriffen oder sonst so irgendwas. Von daher weiß ich nicht, inwiefern da jetzt noch Verbindung besteht oder sonst so irgendwas. Das müssen wir abwarten. Von daher würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Bis dahin. Tschüss und bye-bye.